Teil 1 In diesem Film wird dir die Durchflusszytometrie näher gebracht. Zum besseren Verständnis ist der Film in drei Kapitel gegliedert. Wenn du die Basics also bereits beherrschst, kannst du weiter zu Kapitel 2, Messung und Generierung der Ergebnisse, oder Kapitel 3, Färbung springen. Durchflusszytometer sind heutzutage klein und handlich und passen auf jeden Labortisch. Das Analyseprinzip eines Durchflusszytometers kannst du dir wie ein automatisiertes Fluoreszenzmikroskop vorstellen. Man kann mit dieser Technologie generell jegliche kleinen, partikulären Strukturen untersuchen, wie beispielsweise Zellen, Fetttröpfchen, Nanopartikel, Sporen, Chromosomen, Bakterien, kleine Lebewesen wie Amöben, Algen, Würmer, aber auch Fasern, Suspensionen von Feststoffen aus Farben, Baumaterialien oder Erde, Lebensmittel, Umweltproben, medizinische Proben und noch vieles mehr. Um zu entscheiden, ob diese Maschine für deine Analyse geeignet ist, solltest du das Grundprinzip verstanden haben. Moderne Durchflusszytometer können 96 Proben in kürzester Zeit automatisiert messen. Hierbei sind nur ganz kleine Volumina von wenigen Mikrolitern nötig. Zur Vereinfachung stellen wir in diesem Film das konventionelle Einbringen über ein Probenröhrchen dar. Die Probe befindet sich in einer wässrigen Flüssigkeit. Hochpräzise Pumpen überführen die Probe in das Durchflusszytometer. Je präziser die Pumpe den Volumenstrom fördert, desto genauer kann man während der Analyse auch Aussagen zur Konzentration der partikulären Strukturen in der Probe treffen. In der Fachsprache der Durchflusszytometrie nennt man eine partikuläre Struktur Event. Durchflusszytometer messen mit Geschwindigkeiten von 35.000 Events pro Sekunde. Die Probe wird in eine Quarzküvette gefördert. Durch die Düsenform im Innern der Quarzküvette und das Vorbeiströmen der Hüllflüssigkeit, in der Fachsprache Schieß bezeichnet, erfolgt eine hydrodynamische Fokussierung. Ein Event nach dem anderen bewegt sich wie an einer Perlenkette aufgereiht in Richtung Messort. Der Schieß transportiert die Events laminar, also ohne Verwirbelungen, in Richtung Laser in der Küvette. Durchflusszytometer analysieren die Probe mit bis zu sechs Lasern im Spektralbereich von UV bis Infrarot. Zur Vereinfachung ist in diesem Film nur Laserlicht mit einer Wellenlänge von 488 Nanometer dargestellt. Dieses trifft im Interrogation Point auf die vereinzelt vorbeifließenden Events. Kohärentes Laserlicht trifft auf die partikulären Strukturen der Events. Abhängig von der Unregelmäßigkeit der inneren und äußeren Struktur eines Events entsteht Streulicht in alle Richtungen. Über die Intensität des Streulichts kann man die Größe und die sogenannte Granularität von Events präzise analysieren. Durch die Anordnung von lichtsensitiven Detektoren im Dunkel des Maschineninneren können sehr empfindlich feinste Lichtintensitäten quantifiziert werden. Zusätzliche Informationen erhält man, wenn Events darüber hinaus gezielt mit farbgebenden Molekülen beladen werden. Solche Moleküle heißen Fluorochrome. Kennt man die Mechanismen der Wechselwirkungen, kann man die Eigenschaften jedes einzelnen Events analysieren und interpretieren. Mehr zum Thema Färben findest du in Kapitel 3 dieses Films. Die Moleküle sind oft farblos. Treten die Farbstoffe tragenden Events in das Licht des Lasers ein, wird die Energie des Laserlichts vom Farbstoff absorbiert. Dadurch werden leicht verschiebbare Elektronen aus konjungierten Doppelbindungen auf höhere Energiezustände gehoben. Dieser energiereichere Zustand hält nur kurz an. Die angeregten Elektronen fallen wieder auf ihre Ausgangszustände zurück. Durch diesen Energieverlust wird Licht wieder frei und man beobachtet eine für den Farbstoff charakteristische Lichtemission mit größerer Wellenlänge. Imitiertes Licht ist also stets energieärmer als absorbiertes Licht. Dieses imitierte, schwache Licht kann von zusätzlichen Detektoren im 90-Grad-Winkel quantifiziert werden. Welche Wellenlänge des imitierten Lichts einen Detektor erreicht, hängt von optischen Filtereinheiten vor den Detektoren ab. Je nach Ausstattung mit Detektoren können die Geräte unterschiedlich viele Parameter simultan auf einem Event messen. Bis zu 21 Parameter sind bei einer Analyserate von 35.000 Events pro Sekunde für Durchflusszytometer kein Problem. Teil 2 Zur Vereinfachung wird das Messprinzip mit nur einem Laser der Wellenlänge 488 Nanometer dargestellt. Als Detektoren sind meist Fotodioden verbaut. Solange nichts mit dem Laserlichtwechsel wirkt, trifft das Laserlicht auf eine Verdunkelungsleiste, in der englischen Fachsprache Blockerbar oder Obscurationbar genannt. Sobald ein Event in das Laserlicht eintritt, entsteht Streuung in alle Richtungen des Raums. Dabei ist die Intensität des Vorwärtsstreulichts direkt proportional zur Größe eines Partikels. Ist also ein Partikel klein, ist die Intensität des nach vorne gestreuten Lichts gering. Ist das Event groß, ist die Intensität des in Vorwärtsrichtung gestreuten Lichts groß. Das Vorwärtsstreulicht heißt in der englischen Fachsprache Forward Scatter und wird mit FSC abgekürzt. Der Detektor in Vorwärtsrichtung setzt die Intensität des einfallenden gestreuten Lichtes in ein elektrisches Signal um. Dabei sind die verwendeten Detektoren im Dynamikbereich über weite Lichtintensitäten hinweg linear. Eine geringe Intensität des gestreuten Lichts führt also zu einer geringen Spannung am Detektor. Eine hohe Intensität des gestreuten Lichts führt zu einer hohen Spannung am Detektor. Wenn das Event innen sowie außen homogen und ebenmäßig ist, ergibt sich für das Seitwärtsstreulicht ein kleines Signal. Es wird wenig Licht gebeugt und gestreut. Folglich erreicht wenig Licht einen weiteren Detektor im 90-Grad-Winkel zur Lasereinstrahlrichtung. Ist das Ereignis an seiner Oberfläche und im Inneren jedoch unregelmäßig, kommt es stark zur Beugung und Streuung. Dabei bleibt die Wellenlänge unbeeinflusst. Dieses Signal bezeichnet man in der Durchflusszytometrie als Seitwärtsstreulicht. In der englischen Fachsprache wird dies Sidescatter genannt und mit SSC abgekürzt. Je inhomogener ein Ereignis ist, desto größer ist die Intensität des Sidescatter-Signals. Erreicht den Detektor im 90-Grad-Winkel zur Lasereinstrahlrichtung also viel Licht, ist das Event unregelmäßig. Folglich entspricht die Intensität des Seitwärtsstreulichts der Unregelmäßigkeit der äußeren und inneren Struktur eines Events. Man umschreibt dies in der Durchflusszytometrie mit dem Begriff Granularität. Bei den Detektoren im 90-Grad-Winkel handelt es sich oft um Fotomultiplayer. In manchen Geräten kommen aber auch an dieser Stelle Fotodioden zum Einsatz. Erreicht Licht den Detektor, entsteht am Detektor eine elektrische Spannung. Sobald sich das Event in das Licht des Lasers bewegt, wandelt der Detektor die aufgenommene Lichtintensität in elektrische Spannung um. Das Event tritt zunehmend in das Laserlicht ein. Dadurch steigt die Spannung am Detektor. Ist das Partikel ganz im Laser, erreicht die Spannung am Detektor das Maximum. Verlässt das Event das Laserlicht, nimmt die Spannung am Detektor wieder ab. Die Lichtintensität ist stets proportional zum Signalimpuls. Die Fläche unter diesem Signalimpuls ist direkt proportional zum gemessenen Merkmal. Die Zuordnung der gemessenen Merkmale erfolgt durch die Lage der Detektoren. Das Vorwärtsstreulicht entspricht der Größe eines Events. Ist die Intensität des nach vorne gestreuten Lichts klein, erhält man einen kleinen elektrischen Impuls am Detektor für das Vorwärtsstreulicht. Ist das Event groß, erhält man einen hohen elektrischen Impuls am Detektor in Vorwärtsrichtung. Ebenso verhält es sich an den Detektoren für das Seitwärtsstreulicht. Granuläre Ereignisse erzeugen höhere Signalimpulse als weniger granuläre Ereignisse. Signalimpulse werden am besten über die Fläche unter der entstandenen Impulskurve quantifiziert. Aber auch über die maximale Höhe oder die Breite des Impulspiks kann eine Quantifizierung erfolgen. In der Durchflusszytometrie verwendet man stets die englischen Fachbegriffe, also Area für die Fläche unter der Impulskurve, Height für die Höhe des Impulspiks und Width für die der halbmaximalen Breite des Impulspiks. Für jedes Event werden in einer Datenbank alle elektrischen Impulse zugeordnet und gespeichert. Fasst man die Einzelimpulse der Events zusammen, kann man diese nach ihrer Größe ordnen und deren Häufigkeit zählen. Diese Darstellung nennt man Histogramm. Man kann allerdings auch zwei Merkmale gegenüberstellen. Diese Darstellung nennt man Dotplot, weil jedes Event einem Punkt im zweidimensionalen Raum entspricht. Analysiert man beispielsweise menschliches Blut, kann man alleine über die zweidimensionale Auftragung des Forward-Sketter gegen den Sidesketter alle verschiedenen Blutzelltypen unterscheiden. Im 90-Grad-Winkel sind je nach Gerät zusätzlich eine Vielzahl von Detektoren angeordnet. Vor jedem Fluoreszenzdetektor befinden sich optische Filter, die nur Licht eines extrem engen Wellenlängenbereichs zum dahinterliegenden Detektor durchlassen. Jeder Fluoreszenzdetektor quantifiziert nur eine einzige Farbe aus allen simultanen Fluoreszenzintensitäten. Ungefärbte Events besitzen häufig eine Autofluoreszenz und ordnen sich im Blot links unten ein. In der Animation verfolgen wir zur Vereinfachung nur die Signale der Lichtintensitäten für grünes und gelbes Fluoreszenzlicht. Färbt man Events mit unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoffen, so erzeugen diese an den Detektoren quantifizierte Lichtintensitäten entsprechend der Anzahl der Fluorochrom-Moleküle auf den Events. Je mehr gebundene Fluorochrome, desto höher ist das Detektorsignal. Da die verwendeten Detektoren im Dynamikbereich über weite Lichtintensitäten hinweg linear sind, kann die Intensität der Fluoreszenz quantifiziert werden. Eine doppelte Beladung mit Fluorochromen erzeugt ein doppelt so intensives Fluoreszenzlicht und damit eine doppelt so hohe Intensität des Detektorsignals. Bandpassfilter vor den Detektoren lassen nur die Transmission der durchgelassenen Wellenlängen in engen Bereichen zu. Die Emissionen der Fluoreszenzfarbstoffe können so selektiv einzelnen Detektoren zugeordnet werden. Es gibt Fluoreszenzfarbstoffe, die sich in Erbinformationen einlagern. Damit kann man differenzieren, ob Events lebende oder tote biologische Einheiten sind oder ob es sich um organische oder anorganische Baustoffe handelt. Man kann Fette, auch Lipide genannt, anfärben oder Kohlenhydrate, also Zucker, durch Farbstoffe sichtbar machen. Auch Eiweiße, in der Fachsprache als Proteine bezeichnet, lassen sich mit einer Vielzahl an Molekülen spezifisch nachweisen. Für manche Anwendung kann man auch Farbstoffe einsetzen, die Aufschluss über den Säuregehalt, also den pH-Wert geben, oder quantifizieren, wie viel Kalzium sich an Ort und Stelle befindet. Mit entsprechenden Färbeprotokollen können vielfältige Parameter gleichzeitig in und auf Events durch eine Fluoreszenzfärbung sichtbar gemacht werden. Die Probe befindet sich in einem Gefäß in wässriger Flüssigkeit. Die für die Fragestellung passenden Farbstoffe sind in Lösung und werden in die Probe pipettiert. Dabei ist es die große Herausforderung, das Experiment so zu gestalten, dass die Farbstoffe in ihren Spektralbereichen nicht zu stark überlappen und durch die optischen Filter vor den Detektoren getrennt analysiert werden können. Durch unterschiedliche Affinitäten der verwendeten chemischen Strukturen folgt die Färbung einem reaktionskinetischen Prozess. Passende Strukturen wandern zu passenden Gegenstrukturen. Farbstoffmoleküle versuchen sich an ähnliche Bindungspartner anzudocken. Ähnlich wie beim Puzzle, wenn die Ähnlichkeiten nicht perfekt ineinander passen, trennen sich die Farbstoffmoleküle wieder ab. Da die Affinität, also die durch die Ähnlichkeit bedingte Anziehung, sehr hoch ist, lösen sich an hochaffinen Stellen Farbstoffmoleküle kaum wieder ab. Farbstoffe müssen stets in einem gewissen Überschuss zur Färbung eingesetzt werden. Gleichzeitig darf deren Konzentration aber nicht zu hoch sein, um unspezifische Einflüsse zu minimieren. Es bleiben nach Einstellung des Gleichgewichts der Färbung einige ungebundene Farbstoffmoleküle frei in der Lösung. Um diese Hintergrundfärbung zu reduzieren, wird die Probe zentrifugiert. Alle Events sinken mit ihren gebundenen Farbstoffen auf den Boden des Röhrchens. Die ungebundenen Farbstoffmoleküle bleiben in der Flüssigkeit gleichmäßig verteilt. Ungebundene Farbstoffe werden durch Pipettieren entfernt. Die Events werden in frischer Flüssigkeit aufgenommen. Durch starkes Mischen werden die Events wieder homogenisiert. Nun ist die Probe messbereit und kann im Durchflusszytometer analysiert werden. Entsprechend der Lichtintensität für den am Detektor quantifizierten Farbstoff wird die Intensität auf der X-Achse des Histogramms abgebildet. Events ohne Farbstoff besitzen oft eine Autofluoreszenz und reihen sich im Histogramm links unten ein. Je mehr Moleküle des Fluoreszenzfarbstoffs auf den Events angeregt werden, desto weiter rechts im Diagramm wird die emittierte Lichtintensität eingeordnet. Wird eine zu geringe Anzahl an Farbstoffmolekülen zur Färbung eingesetzt, bleiben nach der Färbung Bindungsstellen unbesetzt. Das Signal im Histogramm bleibt zu schwach. Wird eine zu hohe Anzahl an Farbstoffmolekülen zugegeben, werden auch schlecht passende Bindungsstellen besetzt. Das Signal im Histogramm wird unspezifisch breit. Es ist also stets wichtig, das verwendete Färbeprotokoll auf die eigene Anwendung zu optimieren, um bestmögliche Ergebnisse zu erhalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.